In der letzten Saison hat Union Berlin Dortmund für die erste Mal in der Bundesliga besitzt. In der gleichen Zeit war mein Team Erling Haaland für die erste Mal im Start. Das Ergebnis war ein sehr viel Ziel. Einfach mal drauf gehalten und mit etwas Glück getroffen. Keine fünf Minuten später stiehlt sich Haaland dann im Rücken der Abwehr davon. 2 zu 0 nach 18 Minuten. Das sechste Tor im dritten Spiel für den neuen Sturmstar. Dann dauert es 50 weitere Minuten bis zum nächsten Highlight. Gikjevic kann Haaland nur per Foul stoppen. Elfmeter. Das ist eine Sache für den Kapitän. Marco Reus gewohnt sicher vom Punkt. Nur 120 Sekunden später können sechs Berliner drei Dortmunder nicht stoppen. Witsel mit dem 4 zu 0. Und während die Auswechslung bereits vorbereitet wird, findet Julian Brandt im 16er erneut Erling Haaland. Das 5 zu 0. Und gleichzeitig die letzte Aktion. Haaland wird mit Standing Ovations verabschiedet. Der BVB schlägt Union klar und deutlich. Und doch wird am Ende des Tages ein Berliner vor der Süd gefeiert. Ehre, wem Ehre gebührt. 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 Vielen Dank.